Mein Name ist Isabel und ich bin hier in der Klinik die Teamleitung vom Empfang. Kein Tag ist wie der andere, also du hast wirklich eine wahnsinnige Abwechslung drin, weil du einfach nicht vorhersehen kannst, was kommt an diesem Tag. Also als Mitarbeiter beim Empfang ist, denke ich, das Allerwichtigste hier, du musst stressresistent sein. Du musst mit den Emotionen der Patientenbesitzer zurechtkommen und halt auch immer ein Lächeln auf den Lippen haben. Das ist besonders wichtig bei uns, damit sich der Patientenbesitzer gut aufgewogen fühlt. Die Klinik zeignt sich für mich besonders als Arbeitgeber auf, dass wir einfach alle ein Team sind. Sei es jetzt die Ärzte, die Teamleitung, die Fachangestellten, die Azubis, der Empfang. Es sind nicht einzig Gruppierungen, sondern wir sind einfach alle zusammen, ein Team. Jeder kann jedem was fragen, ohne dass man Angst haben muss, jetzt fragt man einen Arzt. Nein, wir sind eine Gemeinschaft, wie eine Familie, einfach eine sehr große Familie. Die Klinik in Oberhaching liegt kurz südlich nach der Münchner Stadtgrenze, also es ist nicht weit nach München rein jetzt. Auch wenn du mal früh ausfährst, in die andere Richtung, weiter in den Süden fahren, fährst dann Tegernsee, an Schliersee, bist du auch gleich da und kannst gleich noch baden oder da, einen Biergarten gehen. Du arbeitest mit den Menschen zusammen und mit Tieren und hast irgendwie das Gefühl, auch wenn wir selber jetzt keine Ärzte am Empfang sind, dass du dazu beitragst, den Leuten zu helfen und sei es nur, wenn du ihnen zuhörst oder sie mal tröstest oder mal ein tröstendes Wort für sie hast. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!